Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9957 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die analytische Chemie entwickelt Methoden zur Untersuchung von Stoffen und ihrer Zusammensetzung. Die analytische Chemie entwickelt Methoden zur Untersuchung von Stoffen und ihrer Zusammensetzung. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Durch kulturellen Austausch können wir voneinander lernen und Vorurteile abbauen. Durch kulturellen Austausch können wir voneinander lernen und Vorurteile abbauen. Durch kulturellen Austausch können wir voneinander lernen und Vorurteile abbauen. Es hat mich wieder erwischt. Ich habe starke Rückenschmerzen und kann mich nicht mehr aufrichten. Es hat mich wieder erwischt. Ich habe starke Rückenschmerzen und kann mich nicht mehr aufrichten. Es hat mich wieder erwischt. Ich habe starke Rückenschmerzen und kann mich nicht mehr aufrichten. Motivation ist der Schlüssel zur Selbstverwirklichung. Finde heraus, wer du sein willst und lass dich davon leiten. Motivation ist der Schlüssel zur Selbstverwirklichung. Finde heraus, wer du sein willst und lass dich davon leiten. Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Hast du diese Plastikflaschen unter den Büschen gefunden? Hast du diese Plastikflaschen unter den Büschen gefunden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.